Hallo, herzlich willkommen liebe Freunde. Willkommen zur letzten Episode The Gunpowder Plot aus der Doctor Who Adventure Games Reihe. Hier ist das Intro. The dimensional modulator on the blinker, now air in the pipes. Doctor! Doctor! Oh, it's you two. Whatever's the matter? Look, if they don't have Crispy Duck... Doctor, open the door now! All right, all right. Hold on to your wonton. Crispy Duck and egg fried rice, was it? I think you'd better shut the door, Doctor. I give up. We come to the Lao Dynasty for a nice bowl of wonton and crispy duck and... And, and, and exactly how did you manage to upset the locals? Let's just say the Lao Palace turned out not to be a restaurant. Of course not, it's a palace. Which would explain the Imperial Guards hurling spears, I suppose. Maybe we should make this a takeaway. I hope you left Emperor Chanzo a good tip. Yeah, use more salt. Maybe just need some new valves. Something? What? No panic zone, panic just about 100 straight, really? What, we? Another spaceship! Okay. Oh! That's... Tja, cool. Also... Da ist Rory... Rory... Da ist Rory auch dabei in dieser Episode. Sehr cool. Äh... Wir waren also in der Lao-Dynastie und der Doctor hatte Hunger. Kann man verstehen. Mal sehen... Was es mit diesem anderen Raumschiff, mit diesem Spaceship auf sich hat. Mit dem... Da wohl die TARDIS, äh... Ja... Zusammengestoßen ist. Und es geht in den Gunpowder-Plot. HierIVE등... Ooh. . Achall. Es ist sowieso? Я, ich meine... Es ist wirklich dort? 당연ban ist es. Sonoinaçãoñosare varieties. Ich hab켜 wie es道 hacen. The elegance wirkt. Es ist ein Portal. Das ist ein Dimmensiones Portal nicht. Ihre TARDIS. Er macht's natürlich. Irgendwie. Ja, dann wird unser guter alter Rory doch mal den Scrutiver holen. Und wir sehen wieder das Menü. Ist ja eine Sonderepisode. Okay. Dann schauen wir doch mal, dass wir in Richtung des Scrutivers kommen. Der wird ja wohl irgendwo hier sein. Ja, es gibt weiterhin natürlich Aktionen, wie zum Beispiel ein beherzter Sprung über dieses... Ja gut, aber... Na, das war doch mal gar nicht so verkehrt schwer. Tja, hättest du mal nicht den Schraubenzieher geworfen. Sondern, äh, ihn, wie man es richtig macht, übergeben. Jetzt schnell rein, bevor das Portal schließt. Puh, die Karte eben auch so geschafft. Wir müssen diese Lesion richtig fixieren. Wir brauchen einen Dimensional-Equalizer. Und hast du einen? Nein, natürlich nicht. Es gibt keine solche Dinge. Nun, das ist dann sinnvoll. Aber ich bin der Doktor. Ich kann einen machen, kann ich nicht? Ich brauche nur einen Cardanium-Vortex-Tuner und einen Zardak-Holofield-Trap. Und hast du diese? Natürlich habe ich sie. In der Doktorraum. Jetzt, schnell ab und find sie und lass sie zusammen für mich. Jetzt, wo kann ich den Hollow-Duda und den Vortex finden? Wie nimmst du es? Jetzt, wo ich mir so gut wie alles natürlich gemerkt habe. Ein Tuner. Dreck gefunden. Super Sache. Und dann noch ein Hollow-Thingy. Ja, also, wie wir ja schon wissen, sämtliches Zeugs, was man hier nochmal abfragen könnte. Ein Hintbrain. Ein Hintbrain. Ein Uth-Hintbrain. Ah ja, dieser, dieser Translator. Okay. Von den Uth. Was haben wir hier? Ein Schrank, der geöffnet werden will. Oder auch nicht. Ein Hollow-Field. Okay. Das heißt, jetzt kombinieren und dann zurück zum Doktor. Ah. Das Inventar hat sich ganz leicht geändert. Dann kombinieren wir doch mal das Solo-Trap mit dem Vortex-Tuner. Okay. Also, Ding A verbindet mit dem Ding B. Und, ähm... Hey, presto! Damen und Herren! Können wir Ihnen das Ding C vorstellen? Oh, gute Worte. Efficienz. Das ist das, was ich gerne sehen würde. Das Portal schließen. Nun denn. Close Solution. Äh. Okay. Wir haben hier Symbole. Ich habe mir natürlich wieder nicht durchgelesen, was man machen muss, aber... Hier wäre ja nicht, äh, der Doktor, wenn wir das nicht auch alleine schaffen könnten. Ach so. Okay. Dann müssen die miteinander verbinden. Ja dann... Ist ja nichts... Nichts einfacher als das, würde ich mal sagen. Wir sind closed. Oh, man. Das sieht ziemlich gut aus. Auch wenn ich so sage. Doktor? Was ist das? Es ist ein sub-temporal-Distress-Signal von einem anderen Schiff. Oh, der, den wir, äh... ...bumped? Das war nichts mehr als ein Ding. Das geht ja auch. Ja, cool. Ist ja nichts Neues. Ein Abenteuer mit dem Doktor ohne Probleme... Ich glaube, wir haben es hier gebracht. Es ist ein Teil von unserer Scrape mit dem alienen Schiff. Oh, was Scrape? No, ist es? Ich dachte, es war nur ein Bump. Punkt ist, das ist wahrscheinlich nicht der einzige Bump. Und sie wurden generiert durch die Proximität der Tardis... ...und was wir in das Bump, das ist okay. Nur wir können nicht weitergehen, bis wir gefunden haben. Und die Lesion ist sehr nicht stabil. Und wenn ich nicht bemerde, könnte es die ganze Welt entdecken. Ich gebe dir die Equaliser-Signal. Es dauert ein bisschen mehr als das. Also, ihr zwei versuchen zu finden das Bump, während ich mit diesem. Und remember, die Lau-Dinastie war 400 Jahre alt. Das ist, wenn das Bump crashed. Wherever wir sind, das ist wahrscheinlich auf dem Bump. Okay, Doktor. Und Pons? Bege躍. Ja, sicher doch, Doktor. Ja, dann würde ich doch mal sagen, auf. Was sollen wir überhaupt machen? Hier rumlaufen. Achso, das andere Schiff finden. Na gut. Auf geht's durch den Untergrund von London 1605... Bald wird der falsche King tot sein, und England wird wieder in Gottes Willen erheben. Ein großer Tag für alle. Jetzt komm, wir haben mit unseren Brüdern zu tun. Das klingt zusätzlich. Mal sehen, wo sie gehen. Hinterher. Und nicht entdeckt werden. Da hinten läuft noch wer. Ja. Diese alten, kriegenden Korridoren machen einige Geräusche, die den Tod schmerzen würden. Denkst du, dass wir alle glauben können? Wir wurden alle entschieden, weil wir uns geglaubt werden können. Das wirst du nicht. Sieht eigentlich ganz danach aus. Ich versuche, dass du dein Haus in Ordnung verlassen hast. Gott ist auf unserer Seite in diesem Endeffekt. Aber sogar seine Arbeit kann einen starken Weg nehmen. Wer sagt, welcher von uns wird am Morgen sehen? Ich habe das, was du gefragt hast. Gut. Deine Familie verdient das Zukunft, das wir ihnen bringen. Und wo laufen die überhaupt hin? Und wieso reden die so viel über Gott und sonst was? Star-Ware? Ne, da ist keiner. Dass die sich aber auch nicht umdrehen. Sehr kurios. Ein anderer Rat! Ich liebe die schmerzen Dinge. Diese Stadt ist infestiert. Ehe deinen Angst, mein Freund. Die Ratten geboren wurden zu den Schmerzen. Aber es gibt viel schlimmer Schmerzen in den Hallen des Monarchs. Aber bald werden wir sie zerstören. Und der König Ratten, auf welchen sie alle betrachten. Dann betrachte Gott, dass sie diese unheiligen Brüder mit ihnen nehmen. Es ist weiterhin mysteriös. Es muss einen Weg finden, was diese schmerzen Charakter sind. Was haben wir hier? Eine Lampe. Eine Wild Lantern. Eine Laterne. Mhm. Hallo, Ratten. Okay, die sind also hier rein. Okay, also die Tür ist verschlossen. Irgendwie soll es dann da reingehen. Ratten. Überall Ratten. Okay, hier ist noch eine Tür. Okay, sie will nicht entdeckt werden. Oh, hallo. Ein Porträt von Prinzessin Elisabeth. Mhm. Ja, hallo. Fließes Bett. Noch mehr Ratten. Es ist etwas über dich, das diese Ratten irresistbar finden. Geh verloren! Hm. Was sie auch immer an mir mögen. Muss es meinen... Äh, wird es das Parfüm sein? Oder vielleicht doch was anderes? Eine flackernde... Tausch. Ah, das ist wunderschön. Das Torch. Es flackert, wie die Hände rutschen. Ja, die Wand sieht ja überhaupt nicht ungewöhnlich aus. Ja. Cool, hier wird mir schon direkt angezeigt, was ich benutzen muss. Okay. Was haben wir eigentlich hier? Prawncracker. Achso, Essen. Chinesisches Essen. Und den Chopstick zum Essen. Der jetzt als Türöffner benutzt wird. Der Chopstick. Also die Stäbchen. Ein dunkler Gang. Mit Fenstern. Aha. Hier. Da ist der Tisch mit der Tür. Okay. Das heißt, hier ist der Raum, der eben noch verschlossen war, oder? Mal sehen, was es da gibt. Oh mein Gott. Wir sind unter den Houses of Parliament. Es ist 1605 und das ist die Plotter Plot. Das ist 1605 und das ist der Plotter Plot. Hmm. Es wird mir mein Ehre zu lighten, die Fuse. Und er muss sein. Guy Fawkes. Du und deine Männer haben gut gemacht, Catesby. Es ist Gott's work zu entfernen diesen Impostor-Kin. Unsere Planen waren in motion bevor du uns kamen, meine Lady. Aber deine Presence hat unsere Toils bläst. Wer ist das Cheesy-Kreep? Um, Sir Robert Catesby, ich denke. Er war der Brains. Die Sache ich möchte wissen, ist, wer ist sie? Lady Winters. Es gab keine Lady Winters, die Plotter waren alle Männer. Wir haben alle ein Papier gegeben, die die Gruppe'n letzte Gespräche heute Abend. Wir werden als Planung verabschieden. Wir müssen wissen, was hier wirklich passiert ist. Wir brauchen diesen Stück Papier. Du kreierst eine Distraction. Ich nehme das Papier. Ich warte bei dieser Tür. Wenn du eine Distraction aus dem anderen kreierst, kann ich versuchen, das Papier zu holen. Ja. Ja. Schau mal. Ah, da schnarcht wer. Ach, die sind immer noch da drin. Okay. Okay. Was ist mit ihm? Okay. Na, und wie kriege ich ihn denn jetzt? Oder wie kriege ich hier Rappen hin, vielleicht? Ah. Ich hatte doch hier, ähm... Vielleicht damit? Oh, das war er. Die Rats! Was in heaven's name ist going on hier? Geedong, die Rats! Die sind überall! Die Filthy Devils! Fool. Ignorieren sie. Wir haben ein Job zu tun. Komm schon. M'lady. I know we do what we do for God and for England. But I want you to know, if I'm not destined to survive these proceedings, I shall carry the memory of your sweet face to heaven. All I ask, Fawkes, is that you raise that place above us to ruin. Hm. Komische Frau mit grünen leuchtenden Augen. Das ist doch nicht ganz okay. Did you see that? Her eyes glowed. Ja, sag ich doch gerade. We need to get our hands on that document. Right, take him the paper and tell him what's going on. I'm going to keep an eye on Lady Gaga. Okay, just be careful. Alright? You too. So muss das sein. So muss das sein. Go. We need to get on stage. I'm going to test. We need to do this thing. We need you to take on stage. Vielen Dank.